Ich? Es ist Flüchtling, moderner Flüchtling, ja, Ukraino. Mandi ist ihr Amal, ihr Willkommende Amal, ihr Mandi. Ja. Da kann man nicht mal, was redet der auf? Es ist meine gute Frau, Manni, gute Frau, Amal, Amal, Manni. Du sprichst Englisch, Manni? Ja, ich rede Deutsch auch. Sie redet doch Deutsch! Mandi ist ein Flüchtling von der Ukrainer, aber Rolex reicht viel Geld, viel Manni, Manni. Zweiter Rolex. Manni, bist du Ukrainerin? Ja, ich bin Ukrainerin. Lebst du noch in der Ukraine oder bist du hier in Deutschland? Nein, in Deutschland jetzt. Aber eine Frage, warum habt ihr alle so viel Kohle und kommt nach Deutschland? Ich war schon fünf Jahre hier leben. Ah, okay, okay, sie gehört nicht zu den Flüchtlingen. Ja, nach fünf Jahren. Nein, du liebst nicht fünf Jahre hier, Manni. Lüge nicht. Manni, not lügen, not lügen, not lügen. Na. Ich bin fünf Jahre hier leben. Was redest du hier? Ich habe mein Passwort Deutsch. Zeig, zeig. Zeig? Okay. Aber hey, Manni, Name verdecken, sonst wird sie gesperrt, sonst wird sie gesperrt. Gucken. Aha. Ja. Nichts glauben. Barbie, woher kommst du? Du. Ich gehst mir hier. Ja. Wir wollen den Mord. Okay, hau. Achso, machen wir gleich. Ich weiß, dass der Kopf weh getan hat. Gib bitte raus. Ja. Manni, Manni. Ja. Was arbeitest du in Deutschland? Anwalt. Arbeiten, was arbeitest du? Ach Manni, du hast mit mir geredet. Ich habe eine falsche Familie. Ja. Du hast mit mir geredet. Tut mir leid, ich war gerade beschäftigt. Du hast mich gefragt, woher ich komme aus Köln, Schatz. Wo kommst du denn hier? Ah, okay. Ich komme aus Hamburg. Ah, schön. Der Engel liebt Hamburg und er liebt Ukrainerinnen. Malala. Er hat gesagt zu mir, ich bin so im Tun. Keine Fleisch haben. Was hat er gesagt? Putin haben, macht das schon. Putin haben, macht das schon. Putin haben, macht das schon. Ja. Er hat gesagt, du bist so im Tun und keine Fleisch haben. Manni, der ist selber dünn. Allah, seine Beine so dünn, der Arme. Na, diese Frau dünn. Na, Barbie, die ist wirklich dünn. Die wirklich dünn. Die nichts Gutes. Frau, wie Kim Kädetchen. Die dünn wie eine Skeletto. Manni, nichts. Nur Hilfmanni. Ja. Aber Manni kann zunehmen, Engel. Hä? Die kann doch für dich zunehmen. Kein Problem, Engel. Ja, aber es geht ja nicht um das. Zunehmen bringt ja nichts, wenn der Arme auch dünn ist. Der will mit dir zickisch machen. Zickisch? Der will mit dir auf die Zuhö. Der will mit dir auf die Zuhö. Die sind nicht gut. Die küsst. Die küsst. Der will mit dir auf die Zuhö. Linken. Höre auf. Nein, Bruder. Wallah, dies ist nicht gut. Manni, sag deine Uhr. Wallah, dies ist nicht gut. Bravo, schau mal. Amal, du bist selber arme und Dinge, schau mal wie deine Eltern, ich würde hier es matieren. Sag mal deine Uhr, Manni. Uhr, sag mal deine Uhr. ich sehe das nicht 90.000 Euro das ist mein Vater gibt für mich was redest du hier mein Vater gestorben im Krieg oh dann tut mir leid ja und er redet hier er ist Patriotik mein Vater ist richtiger Patriotiker er bleibt in der Ukraine gestorben in diesem Krieg jeden Tag ich habe kleine Kinder bei Libanisch Gott des Segen jeden Tag schrebt ein deutscher Soldat mein Beileid mein Beileid weißt du was ist das du bist Ayakob Ayakob mein Beileid wala wala so viel nur blablabla nur so viel Manni der Engel kann nur sickig mehr kann der nicht der ist nicht Heinz guckin du guckin ja er ist Putin ich verstehe ihn nicht Manni nein Vater ich verstehe ihn auch alle Hashtag free Putin alle Hashtag free Putin schreiben free Putin ja Putin guter Mann wala very good very nice Putin Putin habe also guck mal Manni nichts gegen dich ich schwöre nichts gegen du bist echt ein schöner süßes Mädchen aber ich bin auch mit Putin also tut mir leid guckin das ist das ist Politik ich nicht sage und wenn du vor Putin ja ich sage tschüss und machen hier Krieg oder so das ist meine du kannst lieben was du möchtest und wer möchtest und machen was du willst ja guck mal wie süß ich schwöre die ist richtig süß ich kann nicht mitmachen bei diesem Spiel die ist richtig süß und sympathisch und höflich Bruder ich mag sie doch auch aber du musst du musst du musst verstehen verstehen verstehst was redest du hier ah ah Mann oh Mann Mann oh Mann Mann oh Mann wo wo you're from Germany Germany I am Hamburg Hamburg weißt du ich bin nächste Woche Frank Hamburg Wallah Wallah Mann oh Mann ich trinke Wallah 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 Wie viel willst du? 400 Euro. Money. Man ist ernst, valla. Money, you can't übervise Englisch 400 Euro. Okay, sich für mich hat deine... Ah, gut, Herr Frank. PayPal, sich für sich, okay? PayPal, komm hier rein, Schatz. Engl, hol mal jemand hier rein. Wie ist das? Engl, das ist gut, ja? Haben so viele Leute drin, ja? Eine Frau rufe, schick für mich 400 Euro. Zweite Frau schick für mich, du bist ein Millionär hier. Okay, ich hole jetzt auch eine Frau rein. Engl, ich bin direkt raus, wenn du die falsche Frau reinholst. Nein, 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 nein. Ein Mann bitte, ein Mann bitte. Warum braun? Okay, ich hole eine Frau rein, komm. Ich hole eine Frau rein. Also, Money, you can't übervise Englisch 100 Euro. Money ist die Türme, hoca, hoca, imam, imam. Hocam, deme, hoca değil. Imam, man, imam. Zack, nicht schauce. Geht's mir, Gura. Gura, Gura, Gura. Bura, da gibt es DFI und Economy, keine worksmen. Mach coisa, anhus somehow. Jesus ist es erzähl', Geisha. Gura, geht's nicht so, ja? Mach da mal, mach da mal. Mama, wenn du bist du in Hamburg kommst, kommst du in Vox? Wirklich, hat der Veranstalter gefragt. Mach da mal, Bro. ete mal, Bruder, Entschuldigung. Engel, was war mit dem Vox ... Kann bli in der Küche, oh? Er hat begonnen, Bro. Mani, er sagt, er will ein Doa machen für dich, dich rechtleiten, dass du keine Oslo mehr wirst. Er dich rechtleiten. Nein, 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 nein. Wer bin ich, dass ich rechtleite, Bruder? Nur Allah kann rechtleiten. Mani, er eine Doa machen, du guter Weg, Kopfdruck tragen. Er sagt auf türkisch übersetzen. Nein, wir wissen, was wir machen. Wir reden nicht viel, wir lassen inspirieren. Mani, er sagt, er wird zur Ukraine jetzt beten, damit deine ukrainischen Brüder in Sicherheit sind. No, no, okay, look at that. Ich glaube, ich sollte starten, damit du, Bruder, ruhig bist. Mani, er sagt, wenn ich unterwegs bin. Okay, hier, guck mal, guck mal. Hör zu, Bruder. Hör zu. In der Bibel, wer macht das? condenkrad. Wissen Sie, Sie haben bestimmt zu. Alla Benindert. Alla Benindert. Than partners ahí 70ern. In dem collar. Er norms. Allah, Judза, Sie bayernot. Aachen. Der Ja Iyum allediena men uste'ilu bis sabri was salaa inna allahe ma'u ssabirin Maliyah gayet kurtuluş çok, kız çok tabi güvenliyorsun ama respektim Ahmet Güzel değil mi ya? Valla maşallah ehrlis Valla maşallah Valla maşallah Valla ssabir Yemin idiom du bist en supergüter yung aynış Sag istir, du bist en baba typ Danke dir Gözde çekerde Gözde çekerde Mani, Mani Mani ist şu imam Gözde imam in germany Rabia, dankeschön Dankeschön Fred, dankeschön an jeden Imam? Imam, Imam, Hoca, Hoca No, 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 No Aber darf ich mal was dazu sagen, da ich ja in die direkten und ehrlich in değil bin Dankeschön Danke Ja bitte schön Danke Es ist kein Angriff, aber ich bin hier bekannt für Ehrlichkeit, okay? Bitte. Wie kann das sein, dass wir hier matchen und dieser Koran läuft? Was ist daran verkehrt? Das ist ja eigentlich, guck mal, unser Geld in der Bank zu haben, ist ja schon eigentlich verraben, ja oder nein? Das stimmt nicht, das stimmt nicht, nein. Nein, das ist deine Theorie, das stimmt aber. Was ist, okay, guck mal, ich sag dir mal eins, ich bin nicht qualifiziert, über solche Themen zu reden. Ich bin kein Holger, ich bin ein, gar nichts. Guck mal, das Ding ist, guck mal, das Ding ist, ich sag dir mal eins, wer, wer, wer bin ich? Wer bin ich? Guck mal, bevor ich über Haram und Helal rede, muss ich mich doch entwickeln, oder nicht, Barbie? Ich heiße Amal, Amal. Amal. Ist das nicht so, Amal? Muss man sich nicht erst mal entwickeln, damit man erst mal darüber reden kann? Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Guck mal, du redest über Bank, die ist das, ne? Was ist besser? Du kannst doch nicht dein, deine, deine, Doa oder dein Koran ausnutzen dafür, damit du hier meldst. Was ist das denn für eine Doppelmöde? Guck mal, jetzt sag ich dir einmal, jetzt sag ich dir, jetzt sag ich dir, guck mal, du brauchst, du brauchst gar nicht so anzukommen, okay? Einfach Fuß vorm Gas, ich sag dir mal eins, ne? Du weißt, du weißt nicht, was man damit alles vermitteln kann, was man damit alles bewegen kann. Wenn mir, guck mal, wenn wir Mütter schreiben, wenn mir Väter schreiben, wenn Mütter oder Väter zu mir kommen, wenn Eltern zu mir kommen und sagen, hey, ich danke dir sehr, sehr von Herzen für deine Videos, für deine Streams. Aber das sagst du jetzt vor der Kamera, was machst du mit dem Geld? Du tust jemandem da kurz auf. du weißt nicht, was ich damit mache, du weißt doch gar nicht. Und ich sag dir nur eins, die Tat, die beste Tat ist die Tat, die man bedeckt hält, Bruder. Ich muss hier nicht preisgeben, was ich mit dem Geld mache, muss ich nicht. Das weiß niemand, das ist zwischen mir und Allah, Bruder. Das ist die beste Tat. Aber du musst mir auch nicht mit deiner... Genau. Nein. Nein, ich nutze es nicht aus. Guck mal, an deinem Grinsen sehe ich schon, wie ich dich getriggert habe. An deinem Grinsen sehe ich das schon. Das ist das, was du tust, das weißt du, und das weiß jeder, der gläubig ist. Und das war's. Wo werde ich das dazu sagen? Das ist das, was du denkst. Das, was ich denke, was hier meine 361 Zuschauer gerade denken. Okay, okay. Ist das, ist das jetzt nicht paradox? Du bist paradox. Dein ist das nicht paradox. Okay. Wallah, viele sagen, Amal hat gerade recht. Wallah, bei mir, bei mir, Amal hat recht. Soll, ey, guck mal, soll die Mehrheit sagen, das ist richtig? Soll die Mehrheit sagen? Amal hat recht, blau, nein. Ist das nicht paradox? Du bist hier selber drin, und du kassierst das selber. Ist das nicht paradox? Das ist so, wie wenn ich... Ich mache aber kein Dorf und kein Koran, was laberst du. Was machst du? Weil ich bin hier drinnen und mache Fit nach Habibi. Das Gegenteil von dir. Dankeschön. Ich danke dir sehr. Ich danke dir. Ich danke dir von Herzen. Ich bin herrlich im Gegenteil zu dir, aber dein Arschloch hat gerade gekitzelt. Das war das Problem. Nein, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. So, bist du schon kurz vorm Schwitzen? Ich will auch nicht mehr spielen. Ich spiele mit dem nicht mehr, Leute. Warum der Amal, der ist ein guter eigentlich? Der ist ein guter. Nein, ich mag so Heuschler nicht. Ich sehe, sie kann ruhig reden. Lass sie bitte reden. Lass sie. Frauen haben Rechte, Bruder. Sie soll reden. Soll sie reden. Meinungsfreiheit in Deutschland. Bro. Soll sie reden. Bruder, Schwester, ich sag dir nur eins, nicht mal ein bisschen hast du mich gekitzelt. Nicht mal ein bisschen. Du kannst mich nicht kitzeln. Geht nicht. Und guck mal, du kannst ruhig deine Fitness machen. Kannst du ruhig machen. Okay. Wir haben die Fakten der Hand. Wir sehen alles so. Weißt du, was ich meine? Mach ruhig deine Fitness. Du bist nicht die Einzige. Mach ruhig. Okay. Damit wirst du dich besser. Okay. Damit wirst du dich besser. Was interessiert mich denn gerade? Hä? Jetzt eine Frage. Was hast du denn jetzt mit meinem Content? Ich bin wenigstens kein Heuschler. Ich sag die Wahrheit, wenn es jemandem nicht passt, ist es so. Aber du machst dir Koran. Du machst auf den Nacken anderer. Ich rede mit meinem Mund. Verstehst du? Du machst auf den Nacken anderer. Du machst den Koran, unseren Glauben, dafür, dass du hier abkassierst. Schau. Mein Content ist anders. Ich sehe, du hast gesagt, mein Glauben hast du gesagt. Das heißt, du bist auch Muslima, ja? Alhamdulillah, ja. Alhamdulillah. Ist es richtig, Fitnah zu machen im Islam? Ich sage die Wahrheit. Was ich sage, ist die Wahrheit. Ich lege mich ja nicht mit Leuten ab. Ich sage meine Meinung. Das Problem ist, es entsteht dann Fitnah. Weil ich zum Beispiel dir jetzt die Meinung sage, jetzt kommen die Leute zu dir reden, zu mir reden, zu dir reden. Das ist dann Fitnah. Deswegen habe ich dir gesagt, mein Content ist Fitnah. Ist es ja nicht. Mein Content ist, ich sage die Wahrheit, ich bin eine ehrliche Frau. Verstehst du? Soll ich dir was sagen? Ja. Fitnah. Was heißt Fitnah? Fitnah. Was heißt Fitnah? Okay, kann ich dir was sagen? Du denkst, du denkst, du hättest mich gekitzelt, aber wie ich sehe, habe ich dich gekitzelt. Aber wie ich sehe, triggert sich das ja immer noch, dass du immer noch über das Kitzeln redest. Verstehst du? Guck mal, du kannst mir nichts einreden. Ich bin mental stärker wie du. Ich benutze den Koran nicht. Verstehst du? Für Jesus Spielchen. Den Koran habe ich in meinem Herzen und wenn ich ins Bett gehe und wenn ich egal wo bin. Aber ich benutze ihn nicht hier. Weil das ist sowieso eine Fitnah-App und was du machst, ist sowieso traurig. Ende. Guck mal, ich melde mich kurz. Guck mal jetzt. Du weißt selber, was hier auf TikTok alles abgeht, weißt du ja, Schwesterherz, weißt du ja, du weißt, was abgeht. Nur schlechte Sachen. Danke, aber wäre es nicht besser, in so einer schlechten App etwas Schöne zu bewegen? Was? Nochmal, ich habe gerade was gelesen. Wenn man nichts mehr zu sagen hat, dann sagt man was. Dann ist das dieses, ich verstehe dich nicht. Guck mal, es hat du nur eins. Hot job. Hot job. Ich bin kein Hot job. Ich habe gerade gelesen. Du möchtest gerne Hot job. Guck mal, ich bin gerade so glied. Ey, Wallah, ich bin so gerade so fresh gerade unterwegs. Du bist am Schwitzen wie ein Bär. So fresh bist du gar nicht. Erzähl mal. Bisschen. Erzähl mal bitte. Deine Stirn ist doch ein bisschen. Du schwitzt wie ein Bär. Was redest du? Voll nicht. Aber guck mal jetzt. Wenn mir Eltern schreiben. Leute, ihr könnt ihm sagen, ey, darf ich ausreden? Darf ich ausreden? Darf ich ausreden? Mach mal Koran an. Siri, mach mal Koran an hier für uns. Damit du Menschen kümmern den Mensch anmachen. Darf ich reden? Ich sehe, ich sehe, okay. Soll ich dir meine Theorie sagen? Soll ich dir meine Theorie sagen? Ich glaube, du willst richtig, gut mit Engelsgesicht sein, ja? Deswegen machst du diese Filme. Ich bin privater Wunder. Hab doch schon. Aber wo bleibt dein Benehmen? Guck mal, ich bin korrekt. Ich rede mit dir ganz normal, ganz höflich. Warum bist du nicht höflich? Du kannst deine Fakten gerne aufzählen. Du kannst gerne deine Fakten auf den Tisch legen. Aber mach das doch ordentlich. Warum kommst du so an? Das ist respektlos. Mein Bruder, der meint ja nur, dass es angeblich auch... Nein, darum geht es mir gar nicht. Es geht eher um die Art und Weise. Natürlich kannst du das erwähnen. Aber mit einem schönen Benehmen. Wo ist deine Benehmen, Schwester? Hä? Hä? Ich hab doch Benehmen. Warum hab ich denn kein Benehmen? Oh, ja, ja. Guck mal, weil ich dir meine Meinung gesagt habe, weil sie dir nicht passt. Guck mal, ich sag wieder, ich sag wieder, es geht doch eher um die Art und Weise. Adept, Adept und Adept. Hast du schon mal sowas gehört? Du musst alle denken, du redest zu viel. Okay, ja, okay, ja, besser, besser. Guck mal, hat dir das deine Religion beigebracht? Was hast du? Hat dir das deine Religion beigebracht? Hat dir deine Religion beigebracht, deine Käppi andersrum zu tragen und Mikrofon vor deiner Schnauze zu halten? Käppi? Hat das deine Religion beigebracht? Käppi? Deine Käppi andersrum und dein Mikrofon. Hä? Du kannst nicht mal die Wörter richtig aussprechen. Atme ein bisschen. Guck mal, rede doch, guck mal. Mach mal Koran bitte an, so einfach nur zur Übergang. Meine, meine, guck mal, meine Empfehlung an dich, am besten lieber decken und dann reden. Du denkst nicht, du redest, dann denkst du nach. Das ist nicht gut. Du kannst vieles falsch auspacken. Guck mal, fokussiere dich auf mich, nicht auf deinen Chat. Siehst du? Und jetzt kommt dieses Lachen. Ey, mein Chat ist so geil. Ich geh jetzt raus. Hotja, guck mal. Guck, guck. Jetzt gehst du raus. Jetzt gehst du raus. No, was ist los? Was ist los? Amal, Amal, aber Amal, ich kann mal ehrlich jetzt. Es ist Spaß. Aber es ist gut. Hat das eine Rupe gehabt als Hotja? Hat das eine Rupe gehabt als Hotja? Aber Amal, aber Amal, was für Rupe? Amal. Was für Rupe? Aber es ist gut, was für Rupe. ist es nicht so gut, dass er TikTok sowas verbreitet, oder nicht? Sogar du, guck mal, ich küss dein Herz. verbreitet. du bist ja 30 Jahre, Ich bin ein Millionen, halben Millionen. Burra, wenn sie nicht seviyorum, wenn sie nicht seviyorum, Bro, Adam gib, Adam sind. Wallahe bak. Adam, die bist du nicht. Wallahe bak, sie seviyorum sind. Es ist doch gut, dass er so was verbreitet. Dass er den Koran verbreitet, ist wunderbar, Leute. Dass er matcht dabei, das Paradox. Ey, ich verstehe nicht, was mit dir abgeht. Was verstehst du nicht? Dann musst du dich auch verstehen. Du nutzt diesen Koran wegen Match aus. Ich kann, guck mal, guck mal, das stimmt nicht. Das stimmt voll und gar nicht. Erzähl doch mal. Erstens, erstens, es spielen keine Neuze, und zweitens, das ist ein Match. Was ist daran so schlimm? Das ist genau dasselbe, wie wenn du auf Twitch-Live-Stream bist, und die Menschen unterstützen mit deinem Content. Du bringst hier Content raus, und du bist auf ihr unterstützt. Was versteht ihr daran nicht? Oder was verstehst du nicht? Ula, dass du das, guck mal. Aber Michael, überleg mal, Michael, überleg mal, wenn ich jetzt ein, aber Michael, was ist das? das stimmt wirklich, das stimmt. Wie du es rausgebracht hast vorhin, ich höre, ich war leise, ich habe doch zugehört. Es geht mir doch nur um diese paradoxe Scheiße. Okay, guck jetzt. Du bist der Meinung, ich mache das, damit ich mehr Punkte bekomme? Genau, das meint die. Was, okay, was denkt ihr, was denkt ihr, welcher Religion gehören die krassesten Supporter an? Was denkt ihr? Jetzt seid mal ehrlich. Wir wissen doch, wir wissen doch, die krassesten Supporter sind doch Muslime. Ey, dann wäre ich doch schon längst auf Platz 1. Was, 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 was denkt ihr euch? Und was ist mit dem krassen Wagen in seinem Profil? Wieso postet er sowas? Was für Wagen? Er ist paradox, der Typ. Ich weiß es nicht. Guck mal, du redest nur schlecht, du redest nur schlecht. Und im Starm, das ist nicht richtig, was du redest. Du redest nur schlecht. Du redest nur schlecht. Komm mal, der kann doch nicht über anfangen, was er will, solange er dafür, hä? Hä? Engel, Engel, das wurde mir geschrieben. Guck mal, soll ich was sagen? Guck mal, ich bin dir ehrlich, ich könnte doch auch jetzt sagen, hä, was ist das für ein Muslima? Sie hat lange Nägel, warum hat sie Dings, das, das, guck mal, guck mal, Tett, Tett, guck mal, aber ich halte meinen Mund, ich sag nichts. Guck mal, ja, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Für Klicks, für Klicks und Aufrufe, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, stellst du dich hier bloß. Und das ist muslimisch, ich halte meinen Mund. Das ist, guck mal, das lieblich ist schon, dass du hier, hier Leute gerade, ne, guck mal, du hast eh gar keine Ahnung, weil ich will nicht mehr zu dir sagen. Was ist los? Du bist, guck mal, du bist, du bist mundtot, du bist mundtot, du kannst nicht reden und babbelst hier nur. Du lässt mich nicht reden, denn du Hund, du Hund, hör mal, ich lass dich reden. Kein Benehmen, kein Benehmen, kein Benehmen und am Beleidigen. Dein Koran und deine Klicks passen nicht zueinander. Entweder gehst du dem Weg vom Koran oder du gehst dein Mensch, es ist mir nicht. Das stimmt nicht. Amal, Amal, das stimmt nicht. Du machst hier nur Fitnah, Yallah. Ich liebe euch. jetzt gehst du raus. Das hat doch gar keinen Sinn. Jetzt gehst du raus. Jetzt gehst du raus. Amal, ich mach kein Fitnah, aber verbreiten darf man doch. Lass uns mal hier raus, bitte, ich hab keinen Bock auf das. Guck mal, guck mal. Nein, Amal, Amal. Ich seh das, Bruder, in deinem Herzen. Du bist ein strammer Typ. Bleib so, wie du bist. Tamm. Ja, genau. Sie ist ein gutes Mädchen. Lass mich nicht über sie reden. Bitte. Sonst ist das lästern, Bruder, ich will nicht über sie lästern. Sie ist ein gutes Mädchen. Nein, nein, die ist nicht schlecht, Bruder. Wir lästern ja nicht, aber das hat ja... Nein, Bruder, wenn sie nicht drin ist, dann ist das lästern. Lass mich über sie reden. Aber, Bruder, das hat doch nichts mit Autos zu tun. Was hat das mit Autos zu tun, Bruder? Wenn du mir meinen, auch wenn er jetzt einen Mercedes fährt. Nein, er hätte sagen sollen, als sie gesagt haben, einen Menschen. Bruder, guck mal, ich sag dir mal eins. Ich sag dir mal eins. Wenn man keine Kümmer, wenn man keine... Wieso meldst du dir? Dann sagst du einfach, damit ich noch mehr Reichweite bekomme, damit ich noch mehr Reichweite bekomme. Adam, 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 Bruder, sen kimsin, bilma, ich küss doch deine Hatsch. İyi söyledin, Harbi, iyi söyledin. Harbi, 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 iyi söyledin, ha. Sollasin, Bruder. Karri ist siktar, hızla kusabt, salgın amas. Bruder, sag so nicht, sag so nicht, Bruder, yauf, 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 burda, yapma. Alla mıyalım ishuri, valla gari ist siktar. Nein, tamam, tamam, konnye, gimme, konnye, atchima, burda, konnye, atchima, bro, alles gut. Soll ich lügen, oder was? Konnye, atch, lüg nicht, aber halt das bedeckt, burda, man soll nicht mal Sünden geben. Das ist seine Sünde, burda, red nicht darüber. Bruder, du, ich kann hier ein Show spielen, aber Gott sieht alles an, und deswegen immer ehrlich. Halt das bedeckt, burda, man soll Sünden bedeckt halten. Atschikten, Atschikten, Atschikten. Leute, ich halte Sünden bedeckt, macht ja eins auf, imam hat der gerade, frau, tschaka, tschaka, etan kutra, tsch, tamam, tamam, ey, ben chikyom, ach, arre, kenne ibak, tamam, burda. mein Bruder, bleib, ich küss, den jas, kenne ibak. Chama doch, lah.